Letzte Show vor langer Pause, Adeles Konzertreihe in München geht zu Ende München, in München geht die große Konzertreihe mit Adele, 36, zu Ende Für Samstag ist der letzte von 10 Auftritten im eigens dafür aufgebauten Pop-Up-Stadion auf dem Messegelände geplant Mehrere hunderttausend Fans haben die Britin bei ihren Konzerten in München gesehen Adele, die bekanntermaßen nicht gerne auf Tour geht und zuletzt 2016 auf dem europäischen Festland auftrat hatte sich in der bayerischen Landeshauptstadt ein eigenes Stadion bauen lassen komplett auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten und komplett schwarz-weiß im Adele-Look gehalten Mehr als 70.000 Besucher hatten dort pro Show Platz Womöglich waren die Konzerte in München die vorerst letzte Möglichkeit, die 36-Jährige live zu erleben Sie hat nämlich angekündigt, sich danach erstmal eine längere Auszeit nehmen zu wollen Die Konzerte in München haben wir noch eine kürst Du in München in München